ein und schießt ooooh ich noch mal und schießt weil ich da hinten müsst ihr reinschießen, Leute das Problem ist, diese scheiß Dinger die ziehen so viel Leid ab Au also ihr müsst immer das Schild voll haben sonst habt ihr voll verschissen ja, ich weiß, es wird jetzt ein scheiß langes Video tut mir aber leid, aber ich kann nichts dafür aber okay, den Plasma Bug haben sie erledigt, junger Mann aber ich fürchte, jetzt sind seine Freunde sauer welche Freunde ich habe ihn endlich erledigt ja, schön ist der Sound wurde so leise ich habe keine Ahnung, wo die Sound fließt was was machst du da der PY jetzt läuft der Anzug vor das ist nicht so ernst das ist auch behindert Gott Wenn jetzt noch Plasmomel Ja, jetzt kommt noch Plasmomel, dann ist klar Muss ich mal eben offen zeigen, damit die rauskommen Und ich weiß, wo sie sind Was macht ihr da? Was machst du da? Bist du doof? Und bei welchem Spiel war das nochmal, wo du immer so gerne eine vorrennen? Wo bist du? Wo bist du jetzt? Bist du nicht schon wieder vor? Du bist so ein Depp, Mann! Du bist so ein Brules... Boah! Bist du jetzt zum Kotzen? Lauf! Jetzt kannst du auch laufen! Mann, ist das ein Opfer! Oh, so, da kommen Gegner, okay Ich hab's doch keine Kliffen mit dem Aha! Oh Gott, Alter! Verdammte Hacker, Alter! Mann! Ja, ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' dich gleich, äh... Aber in der Saison war gerade irgendwie leiser geworden, ich weiß nicht, ob es bei euch genauso ist, aber hier bei mir ist es von Gott, wie es leiser... Da! Da ist das Schiff! natürlich mit den minen bekommen war es ist auch echt leise immer noch ich weiß nicht woran es liegt, also bei mir ist es gerade übelst leise ich drehe jetzt einfach den Zaun ein bisschen auf, ich weiß nicht ob es bei euch auch so leise ist, dann tut es mir leid aber ich weiß nicht ob es irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht woran es liegt, ja alles klar Leute es geht weiter denn wir sind noch nicht fertig, nein meine Lieblingsstelle kommt erst noch was war das das hätte mich jetzt eigentlich töten müssen, aber egal ach richtig, ich erinnere mich, ich muss die Viecher töten, weil die sonst immer mehr Bugs anloggen loggen vor allen Dingen ok voll reingeschaut ja, ich konzentriere mein Feuer ja schon, ist doch alles in Ordnung, alles im Buddha ok ja ja, ja, äh, sorry dass ich gerade ein bisschen ruhiger bin, aber ich habe ein bisschen, äh die Munition brauche ich alle noch wo kommen die denn auf einmal alle her ok, ich fight jetzt ein bisschen mit der Shotgun was was hat mich denn gerade angeschossen dreckige Cliffmilbe ok, jetzt äh, können wir noch mehr anmelden wow dreckiges Müssvieh dreckiges Müssvieh dreckiges Müssvieh dreckiges Müssvieh verdammte Hacke übrigens so ein großer Schuss verbraucht mehr Munition als ein kleiner und zwar genau, ich glaube, vier Schrot Munition weiter geht's ok weiter quick save mal kurze Neuaufnahme sehr sehr netter Regen übrigens sehr überzeugend und ihr hört es schon jetzt wird's lustig, Leute jetzt wird's richtig lustig ja kommt doch hier oder nicht ich bin grad nicht mehr sicher ob das hier war oder nicht ja, es kommt ne, doch nicht ich seh nichts ich seh nichts Aua verdammte Hacke äh ich sollte ganz eindeutig mich beeilen empfinden einer bestimmten Sache ansonsten bin ich down ich muss dringend was finden verdammt verdammt wo ist das hi verdammt Hacke da verdammt Hacke nein, es ist nicht wo ist er wohl ich hab ihn noch nicht ich hab ihn noch nicht ab vor